Hallöchen! Wir machen heute ein Video zum Thema Reaktionsschnelligkeit und ich habe mir gedacht, damit das für euch auch ein bisschen witziger wird, muss der Benni heute mal zeigen, was er so kann. Läuft, was ja nicht so viel ist. Also, ihr nehmt euch Partner, Mutter, Vater, Bruder, Schwester. Stellt euch gegenüber, Meter, Meter 50 Abstand. Ja, Benni, Hände auf den Rücken. Jetzt schon. Hände auf den Rücken. So, ich lasse einen Ball fangen und du fängst ihn direkt. Wow! Amazing! Ja, einmal und noch. Oh! Ja! Treffer! Wahnsinn! Okay, zweite Übung. Du packst deine Hände auf meine Hände. Oh, ja. Sehr gut. Zack! Oh, ist gut. Okay, letzter. Einer noch. Einer. Und zack! Ah, schritt gut. Ah, nein! Okay, letzte Übung. Ne, doch nicht letzte Übung. Das ist Quatsch. Du drehst dich um. Ich sage Hepp und schmeiße dir den Ball ein bisschen rechts und ein bisschen links hin. Okay? Du machst einen Schritt und fängst ihn aus der Luft. Und Hepp. Hopp! Da muss ich mich entschuldigen. Und Hepp. Komm! Benjamin! Hepp. Ja, dann könntest du ruhig nach hinten. Hepp. So, ja. Einen musst du aber hinkriegen. Ja, einen musst du schaffen. Hepp. Krass. Okay, gut. Letzte Übung. Jetzt wirklich. Ihr nehmt euch eine Wand, stellt euch hintereinander. Passt auf, dass ihr eurem Vordermann nicht an den Kopf wirft. Im besten Fall. Weil Benni kann ich das mal ausprobieren. Macht keinen Spaß. Ihr werft gegen die Wand und euer Vordermann fängt den Ball aus der Luft. Ja, gut. Könnt ihr auch ein bisschen rechts, ein bisschen links. Zack. Gut. Könnt mal mit aufticken. Oh, der war ein bisschen leicht. Ah, der geht schon. Zack. Oh, ja. Oh, ja. Okay. Das wär's. Deine Hand hat's gereift. Aua. Viel Spaß damit. Schickt uns ein Video. Macht's gut. Ciao, ciao.